warum psychoedukation ein wertvoller baustein für die psychotherapie ist darüber würde ich gerne heute ein bisschen mit dir sprechen und mein name ist dirk ich bin der schippel inhaber der hpa heilpraktiker akademie deutschland und ich weiß nicht ob du dich mit diesem thema schon mal beschäftigt hast der begriff psychoedukation klingt jetzt auf den ersten blick auch nicht so sexy und als ich mich damit das erste mal beschäftigt habe habe ich da auch ein bisschen gebraucht aus diesem vielleicht so etwas sperrigem begriff etwas wirklich sehr sehr sinnvolles zu erahnen und das mit einzubauen in meine psychotherapie lass uns erstmal kurz überlegen was bedeutet der begriff psychoedukation education heißt erziehung heißt aufklärung als es geht um eine psychoerklärung um eine psychoaufklärung also stell dir folgendes vor wenn wir uns jetzt mal einem therapeutischen prozess anschauen aus meiner sicht einen sinnvollen therapeutischen prozess dann ist es so dass ein patient ja rein kommt er war vielleicht noch nie da dann nimmst du erstmal so organisatorische name adresse alles mögliche auf und dann so mache ich es zumindest frage ich meine patienten mensch haben sie sowas schon mal gemacht weil sonst würde ich ihnen gern so ein bisschen den ablauf erklären wie das so abläuft damit sie so ein gefühl haben damit sie sich auch sicher fühlen können und so weiter und so weiter also ich versuche meine patienten erst mal abzuholen ganz an dem punkt wo sie sind mit dem gefühl von ich bin vielleicht das erste mal hier ich habe keine ahnung wie das hier abläuft ich muss mir auch erst mal in den raum gewöhnen es geht ja um vertrauen es geht ja um vertrauen und deswegen finde ich es ganz ganz wichtig dass wir unserem gegenüber auch eine ehrliche wirkliche gute brücke bauen dass wir vertrauen aufbauen können gemeinsam so dann folgt bei mir und das führe ich auch so ein dass ich erst mal frage mensch wobei kann ich ihnen behilflich sein was führt sie zu mir dass die menschen erst mal erzählen würden und ich erkläre aber vorher im prozess dass es bei mir so zwei teile gibt einmal einen teil wo ich ganz allgemein frage und dann würde ich noch in einen strukturierten teil übergehen wo ich verschiedenste fragen stelle nicht wundern da kann die ein oder andere frage mal ein bisschen komisch klingen das mache ich bei allen patienten so um mir ein umfassendes bild zu geben da ziehe ich darauf ab dass vielleicht in der anamnese und diagnostik in diesem psychopathologischen befund vielleicht auch mal eine komische frage mit dabei sein kann wenn es zum beispiel auch wenn wir jetzt an eine psychotische störung denken an eine schizophrenie ob jemand vielleicht schon mal stimmen gehört hat und jetzt denkst du vielleicht ja wenn ich jemanden vor mir habe dann brauche ich noch so was vielleicht nicht fragen wenn ich gar keinen eindruck davon habe da bin ich schon sehr sehr oft überrascht worden wenn ich jemanden vor mir habe der in anführungszeichen ganz normal wirkt und dann mir aber auch erzählt dass er stimmen gehört hat zum beispiel im bereich von drogenkonsum und das ist ja wichtig das mit aufzunehmen damit du eben ein umfassendes bild von deinem gegenüber bekommst und die ganzen symptome die du eben auch bekommst einordnen kannst ein symptom macht ja noch nie eine psychische störung aus sondern es ist immer wie ich das so sage so ein ein symptom ist wie eine rose und wenn ich mehrere rosen zusammen habe einen blumenstrauß dann formt sich daraus etwas was dann mit einer so starken psychischen befindlichkeit einhergehen kann dass daraus ein leidensdruck besteht der besteht für eine gewisse zeitspanne mit einer gewissen anzahl von symptomen und dann sprechen wir eben von einer psychischen störung so und es geht für mich jedenfalls nicht in erster linie darum dass ich sozusagen ja psychische störung psychische störung sondern es geht erst mal nur darum zu verstehen wo bin ich überhaupt und den leidensdruck den mein gegenüber empfindet weil sonst wäre nicht bei mir dass ich dem wirklich wertschätze und anerkenne es gibt therapien die sagen das ist doch gar nicht wichtig was das problem ist das verstehe ich so kurzzeit psychotherapien und die können auch wirklich hilfreich sein dass ich möchte überhaupt nichts dagegen sagen in meiner praxis habe ich die erfahrung gemacht dass es ganz wichtig ist mein gegenüber abzuholen und das kann genauso an mir als therapeut liegen dass ich ganz wichtig empfinde diese diese wertschätzung diese anerkennung auch auch die verzweiflung die jemand haben darf dass er es irgendwie bisher nicht geschafft hat damit umzugehen oder das für sich klären zu können dass das den raum hat dass das sein darf ist für mich ja eine erste wichtige auch therapeutische intervention falls die vielleicht vorher noch nicht da gewesen ist dass jemand noch nicht so dieses gefühl auch mal loszulassen spüren darf ja dass dieses psychotherapie pflegen der seele dass wir darauf auch eine zeit eine zeit verwenden ja so also eine fundierte anamnese und diagnostik zur bestimmung und dann gibt es eine stelle dann gibt es ja nachher irgendwann weiter mit dem therapieplan dass man überlegt okay was welchen therapieplan könnte man da ansetzen wie könnte man mit dem patienten arbeiten bei mir ist es integrativ und dazwischen gibt es aus meiner sicht etwas was noch ganz ganz wichtig ist und das ist die sogenannte psychoedukation die psychoedukation bedeutet nichts anderes als dass ich mein gegenüber darüber aufkläre mit ihm gemeinsam ein individuelles störungskonzept erarbeite warum er in diese lage geraten ist warum er sich so fühlt wie er sich fühlt warum er sich so verhält wie er sich verhält oder warum er sich so verhalten hat so und dazu gibt es unterschiedliche werkzeuge und bausteine oder auch theorien weil wir wissen aus der psychotherapie forschung dass ein wirkfaktor von mehreren diese frage auch ist die sich menschen stellen ist warum warum fühle ich mich so warum ja also man das therapeutische klärung also dass ich irgendwie ein gefühl haben möchte warum ist das so vielleicht kennst du das gefühl auch wenn du einen einer körperlichen erkrankung mal erkrankt bist und die ärzte finden nichts die finden nichts so und dann irgendwann finden sie was das ist fast wie eine erleichterung ich kenne jemanden der viele jahre lang mit einer unerkannten multiple sklerose rumgelaufen ist sage ich jetzt mal ganz erlaubt also der hatte eine multiple sklose ohne dass sie schon festgestellt worden war der hatte gewisse sehstörungen zeitweise der hatte depressive symptome also er hatte symptome aber es war nicht greifbar und es war nicht erklärer psychotherapie gemacht das hat auch ein bisschen was gebracht aber irgendwie nicht so richtig und und immer weiter auf der suche dann kam wieder was akutes dazu und das ist ohnmacht vielleicht kennst du das auch ich krieg es nicht gegriffen ich gab keine ahnung wo ich ansetzen soll und der hat das und obwohl multiple sklerose doch eine wirklich wirklich schwerwiegende erkrankung neurologische erkrankung ist die die auch mit leid einhergehen kann hat er mir beschrieben dass er zumindest ein gefühl von erleichterung empfunden hat als er endlich wusste was es denn ist das macht das ganze greifbar es macht das ganze klarer und das war nur mal ein beispiel vielleicht dazu also dass in uns möglicherweise dieser drang danach da ist zu verstehen und eine therapeutische klärung zusammen ist einordnen zu können es bewältigbar zu machen ist auch so was zum beispiel bereich der traumata etwas irgendwie eine eigenmacht darüber zu gewinnen so bei dem was unaussprechlich erscheint manchmal und dann ist es so dass eben diese psychoedukation je nach störungsbild unterschiedlich auch dabei helfen kann jetzt habe ich schon gesagt es gibt unterschiedliche theorien aber es gibt so bestimmte bereiche wenn du magst schau dir erstmal an ich habe auch ein video gemacht warum bin ich so wie ich bin da habe ich ein bisschen was dazu vorgestellt ansonsten findest du das in unseren ausbildungen auch sehr ausführlich zum beispiel dieses modell das sogenannte stress vulnerabilitäts modell also die fragestellung auch mit welchem vertrauen mit welchem urvertrauen ich mache es jetzt wieder komplex reduziert mit welchem urvertrauen bin ich groß geworden habe ich geringes urvertrauen ist die wahrscheinlichkeit dass ein geringerer stressor mich aus der bahn wirft größer vielleicht kennst du das auch vielleicht haben deine eltern zu dir früher auch gesagt schaff dir doch mal ein dickeres fell an sei doch nicht so sensibel und vulnerabilität vulnerabilitäts stress modell vulnerabilität bedeutet sensibilität verletzlichkeit und wenn ich nicht dieses urvertrauen die sicherheit in meinem leben erlebt habe dann kann es eben sein dass ein kleinerer stressor schon ausreicht um ja in eine krankheit abzudriften wenn ich voller urvertrauen fels in der brandung bin dann brauche ich schon einen größeren stressor oder eine größere stressoren damit ich abweiche und eine belastungssituation erlebe die so prägnant wird dass ich eben ja das gefühl habe ich kann mein leben nicht mehr so einfach bewältigen und gleichzeitig gibt es andere theorien so multi kausale theorien dass man sagt eine psychische erkrankung entsteht multifaktoriell da haben wir einerseits die genetik die veranlagung was bringen unsere eltern schon mit unsere großeltern dann wie werde ich groß was ich eben schon mal erzählt habe dann welche weiteren einflussfaktoren haben wir noch haben wir freuen den guten freundeskreis großeltern alternative bindungs erfahrungen die wir haben die uns schützen und je nachdem wie dieses kognomerat aufgestellt ist können dann gewisse lebensereignisse dazu führen dass wir eben zum beispiel panikattacken bekommen depressive episoden oder 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 so und es gibt weitere theorien je nachdem welcher psychotherapie methode ich gerne folgen möchte ob du eher verhaltenstherapeutisch orientiert bist sozusagen als trainierendes verfahren oder tiefen psychologisch psychoanalytisch systemisch wo du dann eben auch den blickwinkel sagst es ist eben nicht nur die einzelne person sondern es gibt wechselwirkungen auch zum beispiel innerhalb einer familie innerhalb eines systems was was mit aus der vogelperspektive beobachtend einwirkt auf den menschen und als integrativer therapeut verstehe ich es so dass ich mich in diesen verschiedenen theorien bei den störungsbildern auskenne mit denen ich gerne arbeiten möchte und dann mit meinem gegenüber so arbeite dass ich ihm etwas anbiete also das heißt ich stülpe es ihm nicht über das ist meine art zu sagen so und so und so ist es sondern ich biete hypothesen an und ich habe das modell das habe ich auch mir damals laminiert ich habe so modelle laminiert wo ich die zelle habe was ich meinem gegenüber dann auch zeigen kann wo wir anhand dessen sein leben mal durchgehen und daran so seinen fahrplan seine landkarte ein bisschen eruieren können und immer mit dem gefühl dass da zwei experten gegenüber sitzen einmal der experte für seine lebenswelt das ist der patient und ich der experte für den prozess das heißt aber nicht dass ich alles bestimme und alles weiß ich weiß solche psychotherapie methoden gibt es auch die von er vielleicht von oben sagen was sache ist ich bin persönlich kein freund davon meine erfahrung ist dass ich viel hilfreicher mit jemandem arbeiten kann wenn ich wie gesagt hypothesen bilde also das sind anregungen dass wir sagen mensch das ist so dass ein allgemeines modell wie psychische störungen entstehen können ich würde das gerne mit ihnen gemeinsam durchgehen und dann gebe ich weitere theorien mit rein und dann gucke ich ob das auf einen nährboden bei meinem gegenüber trifft und das merkt man indem es ja das ist total nachvollziehbar das kann ich total nachvollziehen und ich sage dann auch zu meinem gegenüber wenn sie das gefühl haben dass das nicht stimmig ist dann schicken sie mich vom eis dann schicken sie mich vom eis also wie gesagt ich in meiner arbeit habe nicht den anspruch zu sagen ich weiß alles wie es läuft sondern ich versuche das so gemeinsam mit meinem gegenüber zu erarbeiten und dann spüre ich auch wenn mein gegenüber so drin ist der so so bewegt erst erst verbunden damit mit dem was wir dort eben beschreibbar machen und was bedeutet dass es bedeutet das ziel der psycho education ist die aufklärung gleichzeitig für spätere phasen wenn jemand mal wieder phasen in phasen hineinkommt vielleicht von depressivität oder auch anderen erkrankungen dass er früh symptome wahrnimmt also das hilfreich für die zukunft diese psycho education frühzeitig zu bemerken oh jetzt geht es wieder abwärts also sichtbar zu machen ja was vorher so unbewusst vielleicht war nicht so richtig klar war zu ordnen mit dem patienten und gleichzeitig ihm wieder die möglichkeit zu geben in der eigenmacht hinein zu kommen also von der ohrenmacht in die eigenmacht hinein zu kommen und ihm eine landkarte zu zeigen um ihm dort dann auch wieder möglichkeiten zu geben aha wenn das und das dann wieder passiert oder wenn sie die und die gedanken software in sich tragen wenn sie das und das verhalten zeigen dann steigt die wahrscheinlichkeit dass sie möglicherweise wieder mehr hinein geraten tiefere symptome empfinden okay dann macht es doch sinn dass wir da jetzt aber daran arbeiten in der zukunft wäre das in ihrem sinne ja und dann habe ich eben hinweise auch für die weitere therapie planung aber in erster linie eben zu überlegen inwieweit kann ich eine landkarte eben für mein gegenüber erschaffen gemeinsam was für das gegenüber stimmig ist und ich merke so ein körperanker integrative psychotherapie heißt ja für mich eben ganzheitlich und körper spielt auch eine rolle dass man mal wenn jemand vielleicht kannst du mal auf bei dir auch darauf achten wenn du so wahrheit ausspricht wenn du etwas ausspricht was für dich so ganz tief wahr ist dann gibt es häufig so ein so ein seufze als wenn auch etwas von der seele fällt und dann merke ich immer okay dann sind wir auf einem auf einem ganz guten wege weil darum darf es ja gehen dass etwas von der seele fallen darf und das ist eine gemeinsame arbeit mit deinem gegenüber und deswegen finde ich bleibt diese arbeit therapeutische arbeit auch immer spannend und deswegen bin ich so ein großer freund davon auch meinen schülern diese theorien mitzugeben weil erstmal brauche ich das grundgerüst ich sag mal von grob zu fein wenn bei uns gelernt wird erstmal das grobe verständnis also allgemein dass es ein modell gibt dass es mehrere modelle gibt welche gibt es denn dann und dann geht es darum dass auf einzelne menschen anwendbar zu machen und das braucht eben übung ja das braucht übung deswegen wie gesagt ich habe mir das damals so laminiert so einzelne möglichkeiten damit ich da reinkomme und dann schaffe ich es dass jeder prozess eigentlich ganz ganz individuell wird und wir uns immer auf einen neuen menschen auf ein neues leben ja auf neue gedanken software einstellen dürfen also ich habe das ja schon mal benannt so dass ich gerne lernen möchte als therapeut in den schuhen meines patienten zu gehen aus seiner sicht gedanken zu verstehen gefühle zu verstehen also aus seiner haltung heraus weil dann habe ich es leichter eben ihm möglichkeiten mit an die hand zu geben was man vielleicht mal anders machen kann ohne dass es eben überfordernd wirkt und so wird eine spannende ganz individuelle reise daraus und so finde ich bleibt therapie immer spannend weil ein immer neuer mensch kommt natürlich haben wir manchmal das gefühl das kenne ich auch da kommt jemand ich weiß schon okay wenn er mir von paniksymptomen berichtet was da kommt was er erlebt hat wie das so ist ja aber jetzt geht es ja trotzdem darum und das finde ich professionell zu sagen okay und jetzt wieder in die haltung gehen forscher zu sein forscher zu sein und gemeinsam eben hypothesen zu bilden diese hypothesen bestätigen zu lassen oder sich wieder vom eis schicken zu lassen um dann etwas ganz individuelles für mein gegenüber aufzubauen unter ein bezug verschiedener therapie methoden weil da kann es auch unterschiedlich sein ich mag gerne zum beispiel das persönlich kognitive therapien also was wir halt verhaltenstherapie aber eben auch systemische therapie oder gestaltelemente beziehungsweise die arbeit mit inneren anteilen es gibt so viele schöne sachen die eben zusammen gehören dürfen und wo ich nicht nur einen fokus haben muss aber dafür ist es wichtig dass ich eben wissen habe über die verschiedenen methoden ich hoffe dir hat das video gefallen wenn dem ganzen ist würde ich mich sehr darüber freuen wenn dem ganzen einen daumen nach oben gibst wenn du unseren kanal abonnierst das ist völlig kostenfrei schreibt mir auch gerne deine kommentare hier unten drunter freue ich mich drüber und dann sage ich für heute adieu und freue mich auf das nächste video mit dir dein dirk